Agilität, wenn ich das von Versicherern höre, werde ich meistens skeptisch. Aus dem Grund sind wir heute hier nach Hannover gereist, um uns das bei HDI mal ganz genauer zu gucken. HDI führt derzeit eine digitale Transformation durch und wir sind die Ersten, die einen Blick hinter die Kulissen werfen durften. Da habe ich mir gleich den Vorstand Christopher Lohmann geschnappt und ihn gefragt, was macht ihr denn eigentlich? Wir haben im Juli beschlossen, dass wir den HDI in Deutschland agil transformieren werden. Das gibt uns Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, die wir brauchen, um unseren Partnern und Kunden gute Lösungen sehr schnell bieten zu können. Außerdem ist Agilität unsere Antwort auf die VUCA-Welt. Und was ist so ein erstes Ergebnis? Agilität setzt Energie frei. Energie in unserer Mannschaft und das bringt uns wirklich vorwärts. Und was ist so ein Tipp für alle anderen da draußen, die sich auch sowas überlegen? Seid neugierig und vertraut in eure Mannschaft.